Okay, die Hälfte davon. Wie ist das? In 6,9 Tagen ist das frisch. Es steht gar nicht, wie lange das frisch ist. Okay, das ist blöd. So, machen wir das einmal zu. Der ist fast fertig. Okay, Nummer 1. Ah, so funktioniert das. Also, alles klar. Wahrscheinlich. Machen wir das dann mal so. Und dann gucken wir das mal mit dem Gießen. Okay. Okay. Damit können wir Baren gießen. Äh. Die können wir dann vormachen. Das ist der Kochtopf. Wir bräuchten normalerweise eine zweite Feuerstelle. Hm. Lager. Feuer. Äh. Platziere trockenes Gras auf den Boden und füge 4 Brennholz zu. Okay. Das Gras ist hier mit drin. Hm. Trockenes Gras. Wie war das? 4? Äh. Das war so. Das war so. Einmal Holz. Holzi, 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 holz. Ja, das ist cool gemacht. Dann zünden wir das einmal an. Dann haben wir nämlich zwei Stück. Ich glaub. Wie wird's nass. wohl eigentlich nicht naja vielleicht doch ich weiß es nicht probieren wir es mal noch mal weiter was gehen müssen die erstmal ordentliches dach einzimmern ok so weit die fläche ich will mal sagen mach ich das mal so jetzt muss das nicht gehen ja jetzt kommt es auch mehr das ist schon echt immer mal gemacht aber auch ganz cool los brennen 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 dauert das lange ok ist das so nass gewesen oder was zack rein damit dann kann das hier fertig gemacht werden ich lege hier mal noch was rein warte mal ok da sind drei stück drin dann machen wir mal noch mal welche so rein damit wie lange dauert das jetzt das sind fünf Ziegel Ziegel Mal Schmelzen Zutaten Warte mal Findet ihr da überhaupt was? Schmelztemperatur 1.084 Grad 1.084 Grad Wie macht man das dann? Uiuiuiui Uiuiuiui 1.084 Grad 1.084 Grad 1.084 Grad Schmelze. Gibt es sowas? Schmiede. Dafür brauchen wir Stein. Äh, Ton und das. Tonstein, Kalkstein, Stein. Tonstein. 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 Und dafür brauchen wir das. Alles klar. Und die hatte ich weggeworfen, ne? Weil ich Platz brauchte. Ja. Dafür brauchen wir die Dinger nämlich. Und das ist auch so blöd, was er hier gemacht hat. Fertig, Fletch. Ich weiß nicht, wie wir das hier haben. Warum nehme ich eigentlich mal die Hake dafür? Das ist ja genau so teuer, war ja irgendwie so, ne? Das sollte auch so funktionieren, oder? Man sollte es erstmal klein probieren, wie das funktioniert. Und ich lege so riesig wie er, was völlig übertrieben war. So. 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 was war das? Kann man dann so für direkt eingeben? Was ist das? Ich glaube man muss das generell einfach so reinlegen. Haben wir noch irgendwas anderes? Ich glaube nicht, dass es da mit was geht, aber kann man ja mal probieren. Ich glaube ich nehme mich nicht dran. Das geht schon mal nicht. Und davon habe ich den noch. Ach. Ach. Ach ne, war ja richtig. Wollte schon sagen, aber das funktioniert nicht. Machen wir es mit raus, dass es nicht verschwendet wird. Kann man da generell alles reinlegen? Ja ne? Ja, das ist nämlich ein Behälter. Tontops. Lagerbehälter. Machen wir mal noch einen. Mhm. Mhm. Malweise müsste ich eigentlich los. Ähm, noch mehr Leben holen. Weil wir eh fast nichts mehr haben. Ups. Ich glaube, das wäre so am Ende wieder dunkel, ne? Oh, ey. Das ist auch immer noch ein bisschen komisch, dass du am Anfang vorher hier hängen bleibst und dich nicht bewegen kannst. Wenn du gerade das machst. Hm. So, kopieren. Okay. Ich habe gleich nichts mehr. Und das letzte. Ja. Ich müsste mir nochmal eine Schaufel bauen. Äh, Schaufelkop. Mhm. Und, hopp. Mal gleich noch eine zweite. Mhm. So, das reicht. Ich mache hier mal zu. Soll ja halt länger halten. Äh, zack. Äh, zack. Äh, da sieht das aus. Das war irgendwo da hinten. Irgendwo. Ach ja. Kann ich die unterwegs auch mal mitnehmen. Und ich schmeiß die unterwegs weg, ist klar. Hm. Das war nicht so schlau. Da hinten war es. Da hinten war es. Das war nicht so schlau. Ja. Das war nicht so schlau. Hm. Kann man ja mal machen. Fuck. Du, 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 du. Fuck. Ja. Da sind wir wieder. Sollen wir erstmal noch leben. Fuck. Fuck. Geht nicht. Dafür brauchen wir wahrscheinlich hier wieder eine Spitzsacke dann. Fuck. Fuck. Hm, 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 hm. Fuck. Wie sieht das an, wenn man nicht? Bock, bock. Bock, bock. Hm. Ich dachte, ich bin irgendwas ruhig gehört, aber war dort nix. Da war doch nix. Aber ich isst echt viel. Und ich krieg schon wieder so ein bisschen mehr Hunger. Wie lange ist die Pfeife denn? Gassi gehen. Bisschen lange, ne? Hm. Hat sich eben angehört, ob ich irgendwas gehört hab. Aber wenn Musik läuft, dann ist das immer echt schön. Schöne Musik. Hm. Wie viel haben wir denn? Oh. Oh. Schon mal ein bisschen mehr als vorher. Schon ein bisschen, bisschen sehr mehr. Wollt ein bisschen, bisschen sehr mehr. Hm. Soll ich das Deutsch mal wieder? Äh, guck mal hier. Was will ich da haben? Ihr seid nämlich davon aus mit. So viel Lehm. Das ist echt gut, die Gegend. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Das ist echt ne ganz schöne Menge. Hm. Guck mal hier. Flints sind auch bei. Das ist schon mal ganz gut. Na, guck mal. Park. Hallo. Wenn du zwischendurch nicht triffst. Okay. Dann halt nicht. Was ist das? Achso. Das sah voll merkwürdig aus, weil man das nicht richtig gesehen hat zuerst. Es wird dunkel. Na super. Ich muss zurück. Oh. Quarz. Quarz, quarz. Da vorne ist unsere Rette schon. Passt ja. Ich passte ja. Ups. So. Machen wir das nochmal so. Sieben Stück haben wir davon. Ich will euch einer zu wenig. Deh, du. Das war ein Tegel wieder. Kalt. Ach ja. Ich hab grad gewundert. Ja, warum geht denn das nicht? Ach nee, wir müssen mal ja anziehen wieder. Das ist immer noch so eine Gewinnungssache. Geht doch. Kalt. Na gut. Deswegen muss ich erstmal aufwärmen, ne? Aufheizen. Ich hab' das. Ähm. Zack. Hallo. Da da. Oh ja. Koppjern. Ja, ja, das passiert mir auch jedes Mal. Oh, das ist immer so, geht schneller. Warte mal, welche vergisst, weil man nicht richtig trifft. Das ist echt so Millimeterarbeit, dementsprechend dauert das heute auch echt länger. Aha. Ups. Ups, Mann, das brauche ich ja nicht. Okay, dann machen wir das Ding. Zack, nochmal kopieren. Geht wie gesagt schneller. Fertig. Bock, 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 bock. Das ist der Behälter. Das kann man nochmal rausnehmen. Natürlich haben wir das Ganze hier reingeschmissen. Okay, das geht schon mal da drinnen nicht. Okay. Dann halt nicht. Äh. Zack. Okay. Cindy, Cindy. Wir haben schon wieder Hunger. Geil. Ei, 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 ei. Na komm. Achso. Ich bin grad so doof. Es läuft schon. Das probiere ich ganz weit anzumachen. So. Äh. Äh. Ich hab mir die momentan eh noch nicht einlegen können. Futter ich die erstmal so. So. Das mach ich dann so. 1.350 Euro. Hm. Muss man halt ganz schön anheizen. Äh. 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 Ist halt immer noch nicht fertig. Äh. Ich brauch mehr Holz. Holz, 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 Holz. Holz, Holz, Holz. Die hängen wahrscheinlich hier hinter wieder. Äh. 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 Ähm. Äh. Eschen. 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 Wohl eigentlich kann ich auch erstmal die verzehren. Ich nehme ich erstmal das wieder rein. Das kann ich da rein tun. Genauso wie das erstmal. Äh... Da oben sind sie gerade. Achso. Der lässt sie nur hin und her springen, das ist klar, Tomi auch. Achso, die gehen da gar nicht rein, doch. Es ist dunkel. Es ist echt dunkel. Es kann man nichts mehr sehen. Aber wir haben auch keine Ahnung.